Ich kann es nicht lassen. Es ist allwohlen. 12.12 Uhr. Ja, müssen wir jetzt in die Welt hinausschreien, damit wir sichtbar wären und uns nicht weiterhin verstecken müssen mit der Westerwelt. Nein, die Federmeise wissen wie die Federmeise. Wir schreien es raus und wir warten aufs Echo. Ja, Reflexion. Wer einsam ist, Einsamkeit, Stress scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Umso einsamer wir sind, umso mehr haben wir das Gefühl, unser Sein nach außen zu brüllen. Und das produziert die Welt gerade sehr, sehr gut für uns. Und deswegen sollten wir alle sichtbar sein und die Schuld und die Schulden und den Minderwertigkeitskomplex hinter uns lassen. Ja, das war jetzt ein aktuelles Statement zum Folgen von 12.12. Und jetzt hoffen wir, dass unsere Videos hochgeladen werden, damit wir wahrgenommen werden und ein Echo erhalten. Ja, Echo. Ja, Echo. Aber wo Echo? Echo, ist jemand da? Ist jemand zu Hause? Echo? Ja, komm sofort. Echo ist schon in Arbeit. Was machst du mal sehe? Echo? Echo, Echo, Echo. Ich kann nicht das jetzt, ja? Echo, Echo. Da kommt Echo. Echo! Jetzt, nimm nicht mehr Stub auf. Jetzt kannst du Echo spielen. Jetzt kannst du Echo spielen. Ach, Echo. Ach, Echo. Das ist doch ein Wassertropfen. Das kann ich länger machen, wenn du sonst nichts tust. Weißertropfen? Ja, Musik dazu, wenn du spielst. Oh, innenrücken? Auf irgendwelche Buchstaben. Wo bist du so in deinem Kopf? Okay. Machen wir die Dreiklanggrätsche? Mhm. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich muss mich noch wissen, ob die... Woher Horte ist denn besser. Okay, okay, okay. Markus. Eh... Oh, oh, oh. Oh, oh. ECHO 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 Ist da JEMAN HALLOOOO 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 Is Da JEMAN Zuhause Telefonieren Ist Jemand zuhause Ich will nach Hause telefonieren Da ist zum ECHO So